Ich wollte eigentlich springen. Aua, ich lauf den Berg runter. Au, au. Springt nicht, aua. Oh. Von da oben kommen wir und wir sind wieder zurück bei Kartlife und ihr habt leider immer noch keine Köpfe, was eigentlich ziemlich schade ist, weil ihr habt so schöne, schöne gestylte Helme. Nee, noch nicht. Ja, aber du hast ja keinen Helm, du hast einen ganz grumigen Buddy. Ja. Ein Buddy. Was, mit Buddy? Ich hab einen ganz normalen Rüstung an. Du bist bei mir. Okay. Ja, ganz komisch. Du bist sowieso voller Kruppel. Ja. Also bei mir hast du Rüstung auf jeden Fall. Hattest du Rüstung an. Okay, entschuldige. Du, 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 du. So, und der Flitzer. Was ist denn? Okay. Hier ist Kupfer. Genau ist das hier für eine Ressource. Wildschwein. Ich muss mal eine neue Stein-Pickaxe herstellen. Die alte hat ein bisschen gelitten. Ah, etwas Eisenerz. Lustigerweise die größte Ader, die ich bisher hatte, das war die Goldader. Ich weiß nicht, ob ihr diese Folge gesehen habt reinzufällig, aber das Gold hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Überhaupt nicht. Das, das war so mega lang. Was ist denn? Ähm, hab ich noch gar nicht gesehen, aber ich war ja mit dir im Berg. Ich hab ja den Weg nach oben gebaut die ganze Zeit. Und ich bin von oben nach unten. Oh. Hallo. Oh, das neue Pickaxe. Kann ich nur was testen mit meinem Eisenschwerter mit meinem... Ups. Es geht auf mich. Kann sein, dass die, ähm, die Eisenschwerter auch andere, ähm, andere Sounds machen? Bisschen. Ja, das kann gut sein. Oh, was ist denn da unten? Also, ich hör irgendwo nen, 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 nen Popper, der sich kloppt, aber da bin ich grad dran. Das ist so, so, so ein kleiner Dinosaurier, der so aus wie so ein Kompi so ein bisschen aussieht, ne? Hm. Wo ist der hin? Da hab ich ihn gekloppt. Ist hier kaputt gegangen. Können wir den Bären wegmachen? Alles. Ja, kannst du auch. Ja, und alles, alles aus dem Maul. Ich hab übrigens grad von dem Wildschwein grobe. Ähm. Ich schweb da hin. Okay, auch ein interessanter Teil. Oh. Hey, ich kämpf doch gegen dich, komm jetzt zu mir. Komm her, ich kämpfe gegen dich. Ich kämpfe doch gegen dich. Weil du die ganze Zeit hier die Körperteile von den Spiel, von den, von den Figuren nimmst. Die denken, du wärst irgendwas zu knabbern, ey. Oder du wärst ein Artgenosse. Die wollen dich koppeln. Die wollen sich mit dir koppeln. Hm. Nee. Wo ist er denn denn jetzt? Hä? Ich hau dich doch! Komm her, jetzt! Äh, ich glaub, dann brauch dich nicht, Dex. Ich weiß gar nicht. Im Tal, oder seid ihr irgendwie schon weitergelaufen? Im Tal sogar. Hab ich nicht gehauen? Nee, oder? Nee. Das Ding wirst du abnehmen sonst. Hier sind zu viele Bäume, ich seh nix. Ich seh nix, ja. Zünd mal nen Baum an, dann sehen wir dich besser. Also hier sind unermärgelotiger Flügel. Zünd mal nen Baum an. Hm? Ich mach mal, ich mach mal Licht ins Dunkel. So. Äh. Wir haben einen Baum, doch. Hier hab ich Licht gesetzt. Äh. Mhm. Immer noch ne große Kupfer, aber die ich noch mitnehme. Da hinten läuft aber einer. Hüpft zwischen den Bäumen herum. Wer hüpft da? Das bin ich jetzt gerade. Der einfach nur auf der Stelle hüpft. Dann lauf mal, ja genau. Lauf mal geradeaus. Links. Und dann geradeaus. Aber aufpassen, das sind ein paar tückische Löcher. Siehst du mich? Ah, ja, ich seh euch. Siehst du die Fackel? Siehst du die Fackel? Nee, leider noch nicht. Aber ich hab euch gerade bewegen sehen. Ach, da ist die Fackel. Was? Meine Fackel. Ja, jetzt seh ich sie auch. Dafür mussten Bäume dran glauben. Du Baummörder. Stone, komm mal bitte zurück. Ja. Ich bin schon wieder hungrig. Wo ist der denn? Ja, was ist? Hier bin ich. Da. Zu viel Decks. Wo ist er? Warte. Ähm. Wieso hältst du die Axt, äh, die, die, äh, die, die, die Armbrust so komisch? Schießen wir damit? Weil die Arme zu lang sind. Schießt du gerade? Ja. Du hast bei mir die Schaufel in der Hand und die Armbrust. Also bei mir dann nur die Armbrust. Bei mir auch nur die Armbrust, aber irgendwie falsch. Ich geh. Ich geh weiter. Ne, ist doch richtig. Die hat die genau richtig in der Hand. Das ist ja die, äh, Armspulten, die da hinten nach oben gehen. Wo ist eigentlich der Chor? Ähm, unter der Erde. Ähm, da wo er so den Zauber sitzt. Äh, ich versuch, ich versuch gerade den Ausgang wieder zu finden. Wollte sagen, ist hier das gleiche auch, was jetzt jetzt Chor? Ähm, nein, ich hab ihn bloß verlaufen. Aber ich seh den Ausgang, ich seh den Ausgang, ich seh den Ausgang! Du kennst doch die Gier. Die Gieren nach den Materialien. Echt da auch. Oh! Ah! Peter! Komm her! Wenn die, wenn die jetzt hier auf mich geht, dann bin ich am Boden. Ich bin, ich bin am Rand. Da wo wir runtergekommen sind. Aber wir sind schon wieder weiter. Sorry, ich wollte nicht, ähm, aber im Nahkampf kriegst du automatisch immer alles. Seid ihr durchs Valley durchgegangen komplett, oder? Ja. Auf die nächste Seite. Setz mal, setz mal ne Markierung auf. Wir sind schon an der Grenze zwischen 2 und 3. Ähm, lauf rechts, rechts, ich seh dich. Rechts den Berg runter. Da wo die Kompis sind, ich seh schon, da prügelt sich schon was. Oh. Da kommst du auf uns zugelaufen. Dann bleib stehen du gruseliges Vieh, ich lass dich erschlagen. Weil hier hast du auch einen tiefen Punkt. Hey, jetzt ist der Fleisch. Macht nichts. Wolltest du nicht linear looten? Dann sollen wir vielleicht, äh, hier links rum, oder rechts rum? Am Berg. Egal, Hauptsache hoch. Dann gehen wir links rum. Ich würde links, ich würde links vorschlagen. Also erst ganz nach unten und dann hoch? Ja. Aber guck mal, große Hülle. Ach, da vorne rennt ein Chor. Ja. Bewegt gleich da und da war erst mal ein Gnomen hinter dir gerade und dann ist er verschwunden. Ja, 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 ja. Hier ist Eisen. Kann du hier mitnehmen. Da. Mach das bei euch auch so? So, 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 Blitze, Dings, Bums? Hier. Was, was heißt denn? Da oben, ja. Ja. Ja, da kloppt einer. Nee. Bei mir klopft da keiner. Das blitzt einfach immer so auf. Das ist aber, wenn du abbaust eigentlich. Okay. Das war ich, der da versucht hat, aber ich kann ja nicht, weil... Achso, das ist einfach nur hängen geblieben. Er hat keinen Kopper. Halt, du kleiner Faun. Pimu. Hä? Also ich schlag dich doch! Jetzt komm doch zu mir, Mann! Dings, hast du, äh, irgendwelche, äh, Admin-Modes an, das, äh, unsicherhaft ist für Tiere? Ich hab den Dextro-Cheat-Mode an. Das ist alles auf einmal. Oh, Robinus. Hoch. Hier geht's ja runter. Seid ihr weiter hoch? Ja. Ja. Hallo, ist hier jemand? Warte. Ich muss schon wieder essen. Naja. Nur am Essen. Nur am Essen. Auf hier kommen wir. Ja, das kommt aber, äh, wenn du nachher bessere, äh, Seelen hast, äh, ist es auch Und deckst du links dann rechts, dann kommst du hoch. Ja, bin oben. Äh, ne, ein paar Stellen sind hier, wo man nicht weiterkommt. Doch, ich bin oben. Hier, guck mal hier. Du musst links laufen. Ach, da hoch. Da hoch. Ja, erst links, dann rechts. Ich rein der Warte, ja. Erst links, dann rechts. Genau wie bei der italienischen Politik. Du brauchst erst ein bisschen links, und wenn das nicht ganz passt, dann gehst du dann wieder doch rechts. Hey. Ich kann ja wechseln meine Waffe. Ninja looten. Du bist hungrig. Jetzt geht's wieder komisch. Ja, wo seid ihr denn jetzt? Ach, da drüben seid ihr. Nee, das ist Chor. Ja. Ja, wir haben alles gut. Naja, das sind alle da. Ja. Also hat mich jemand angeschossen. Danke, danke für den Bolzen. War wieder gerne. Ja, wir sind jetzt genau fast in der Mitte vom Quadranten 3b, 3c. Ja. Das ist aber auch schon noch, ja. Ganz schön huckelige Angelegenheit hier. Ist doch? Hübsch. Alles gut geworden, alles. Alles, auch wenn das so... Einzüglich. Die Maps sind doch alle unterschiedlich, oder? Oder sind das immer gleich? Nein, das ist die gleiche Map. Ach, was? Die gleiche Map mit den gleichen Löchern, ja. Noch unter Platz. Boah, ja. Ihr seht mich aber, oder? Ja, ja. Wo ist du, Dex? Der Dex ist weg. Wer hat ihn versteckt? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Kein Tier greift mich an. Warte, ich guck mal, ob der Schaden zu viel kann. Au. Au, au, au. Nein. Kein Tier greift dich an. Kein Tier greift mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Jaaaa. Hier ist der Roboter. Jaaaa. Der Verrät-Roboter. Ist nicht nur der Faust. Guck mal, der greift mich nicht an. Der haut einfach ab. Da geht auf mich der Roboter. Ja. Komm runter. Der kommt doch auf mich. 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 Jetzt hängt er. Jetzt hängt er einfach mit spielen gehen. Wo, wo, wer, wo, was? Wo, was, mich? Hab ich. Einsam. Ich hab ein bisschen was noch abgeben. By the way. Ach. Weil du dein nackigste bist von allen wahrscheinlich. Okay. Ich hab, äh. Jetzt. Ist er geplatzt. Kommt der Goblin. Der nächste Kram. Schweinehunde. Hey, ich... Kein Tier greifen. Lass mich mal gleich an irgendein Tier mal selber rangehen. Und ihr stellt euch 2050 Millionen Kilometer weiter weg. Geht aber tief runter hier. Sieben Quadratmeter. Das gibt's doch gar nicht. Wo? Äh. Echsenmenschen. Äh. Wenn du rechts hoch guckst. Rot. Kleine rote Flecken. Ach so. Aber Echsenmenschen. Hallo. Da geh ich jetzt nicht auf die drauf. Nein, doch. Doch. Nein, nein, doch. Die raue Haut, die brauchen wir. Die brauchen wir. Oh, oh. Da unten. Direkt hier unten. Hä, die können wir ja so abschießen, ohne zu kämpfen. Ja. Ach. Ich hab da unten einen Kupfer gefunden. So, ich hab da unten einen Kupfer gefunden. Kommt der hoch? Na, versteht's. Er kommt hoch. Genau, da kommt er. Ist hier was? Du hast Fotos? Nee, ich mach keine Fotos. Ich kämpfe. Autsch. Und runterwutscht. Wo ist er? Der hängt da oben. Nee. Nein. Du bist hier oben. Das sah so aus als der hat mich gerade im Moment zugeschlagen. Nein, nein, nein. Da kommt der nächste. Das ist mit der Gesundheit, auch wenn es nur Mühe ist, also ich regeneriert. Die muss jemand von euch foppen, sonst ich komm da nicht. Lass mich mal ganz alleine. Warte doch mal gucken, ob er aggro zieht kann. Richtig, lass mich mal alleine angreifen. Das gibt's gar nicht. Was ist los? Hau ihn. Hau ihn. Ja, aber warte. Ich mach mal ein Foto von dem jetzt, wenn der mich so wirklich angreift. Ja, wenn der schon mal still steht, ne? Nein, hat einen von euch gesehen. Nein, der grunzt ja jetzt nochmal. Hallo? Aber du machst... Du machst so Schaden, aber geht auf den Lies. Oh, da muss ich gleich den Server mal neu starten. Irgendwas stimmt überhaupt nicht. Hau ihn, hau ihn, aber trotzdem. Ich kann nicht, ihr seid nicht schnell. Oh, ich hab einen von euch gehauen. Stoom, du bist grad mir voll in die Waffe reingerannt. Ach, ja, kein Problem. Ich brauche Touch, ich hab keine Feile mehr. 200 Stück schon verschossen. Hier, komm her. Das ärgert nicht jetzt grad wieder. Musst du einmal aufhören. Ja. Hab ich... So, da, äh... Ach, Rohrfläche. Sind die denn jetzt? Also, da ist gerade ein Baum gelegt worden. Sie sind gut gemacht worden. Sie sind gut gemacht worden. Ich war gerade noch in der Höhle und habe ein bisschen Kupfer gesammelt. Gumm, wo wurde gesprungen? Ja, sie sind. Ja, wir sind hier. Eine raue Tiermann ist jetzt rausgekommen. Oh, da geht's runter. Die Drop-Chance ist echt mei. Und was? Sonst behalten wir es mal so. Ich bin grad' ein 99er-Zucker-Schön. Uh, jetzt tief runter. So, jetzt habe ich noch. Uh, jetzt richtig tief runter. Uh, jetzt richtig tief runter. Uh, jetzt richtig tief runter. So, wo bist du? Oder im Sand? Ich bin zurück. Ähm, du kannst das auch halten. Also, okay. Ich hab noch genug Pfeile, wenn dann jammer ich schon rum. Entschuldigung, ich kenne welche für dich direkt mit mir stellen. Ja, das sind ja die stubligen Steinpfeile. Und noch mehr Kupfer. Da oben ist doch irgendjemand in der Höhle. Ich sehe doch irgendwas Leuchten da. Seid ihr unten entlang gegangen? Ui, das ist aber ordentlich Kupferkader. Ich bin neuer Staub gelaufen. Da unten wütter. Das bin ich. Ich bin hier unten im Sand. Wühte, da sind sich ja wie so wühlmäusi. Ach, da hinten seid ihr am Wusel. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Und da hinten habe ich noch Riesen gefunden. Ja, nice. Ich kann nicht abbauen. Wofür seid ihr? Ich bin das Loch runter. Ha. Ich hab hier irgendwo was weggelooted, was nach oben geflogen ist. Den hat mir nicht gefallen Dex. Einfach ganz tief runter. Noo, Ruffy... Oh meinst, wo ich grad da war? Da! Okay. Mach da. Hier bin ich grad einfach... Einmal abgerauscht. Oh, hier sind... Oh, tschüss. Ah, jetzt bin ich auch ganz... Ja, und da ist hier, genau da ist... Eisen. Da ist ein Dex. Warte mal, machen wir mal ein bisschen Beleuchtung. Nee, heute. Ah, besser. Du bist extrem hungrig, ja. Oh ja, ich muss auch mal besessen. Aber so macht das grad keinen Spaß, dass die Gegner mich nicht sehen. Wollen wir uns hier unten auslocken? Hier ist ja relativ safe. Wenn ich nicht wieder in mein Bett lande, ja. Kommt doch dran, nachts ist ja auch hier die Hunde los. Ja. Wo habt ihr das Loch gefunden gehabt? Aber auslocken können wir uns trotzdem wieder. Ja. Wollen wir uns eben mal... Äh, wenn ich hier... Wenn würde ich an der Oberfläche, weil wir starten ja genau an dem Punkt, wo es... Äh... Kor, nehmen dir erst noch was. Ja, Trusseln auch. Hm... Nehmt euch oben so. Hier. Ach da. Wo ist hier? Ein Robi? Äh... Ja, da ist der Oberta. Hab schlecht gelootet. Hab schlecht gelootet. Äh... Kor, hier ist noch mit... Äh, Eisen. Wo hast du das gesehen? Direkt hier unten. Warte umgucke. So. Jetzt hier runter. Ach da. Ja, aber ich... Ja, kommt doch an, ob die Ader noch weitergeht. Das ist das. Hallo. Ja, ich kann's nicht abbauen, deswegen. Ne, ne, ein Stück übrigens. Sonst, ja, ja. Ja, hoch wieder. Und auslocken. Ich wär auch... Ich wär auch... Ich wär auch lieber vor oben. Sollen wir den Roboter einfach machen? Wo ist der? Ja, der ist um die Ecke. Durch den... Durch den Gang durch. Hier. Ja. Einmal hier. Kannst auch... Ja. Anschießen und hier rüberziehen. Wunderbar. Wir können mit den Schwertern dran. F*** doch. Sorry. Das war ich jetzt. Grundmaschinen-Teil-Prototypen. Äh, warte mal. Hier ist noch was. Da merkt man mal Licht. Ach so. Genau. Da ist noch ein Kupfer. Ja, Stone looted grad schon. Mhm. Ich hab noch keinen Kupfer. Da haben wir aber auch noch was. Die Höhlen sind... Also die Sound... Oh. Die sind schon... Die sind schon gefährlich, ne? Ja, die hören sich aber auch super cool an. Der Sound immer dieses... Dieses... Aber man kann sich auch von irgendwo... ...die Eis beobachtet. Mehr Eisen. Mhm. Dann mach du. Ja. Mach auch mal hier den Leuchterhannis. Oh shit. Ich find die Fackeln total überflüssig. Ich find die Standfackeln tausendmal logischer. Also die kosten genauso viel. Wofür soll ich denn in der Hand was halten, wenn ich das hinstellen kann, ne? Ja, wenn man hacken möchte... Oh. Keine Frage. Hier ist nur noch Sand und Stein und... Der geht ja auch wieder Richtung Oberfläche. Da ist Kupfer. Uh, da ist noch. Toll. Ja, deutlich. Oh, hier ist noch viel Kupfer, Leute. Dann können wir noch abarbeiten nach oben. Ich bin voll. Die Gegner sehen mich alle nicht. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ich glaub ich beim Neustarten... Beim dreimal Neustarten des Servers ist glaub ich dann irgendwie... ...was hängen geblieben oder sowas. Was sollten die jetzt? Ich hab auch keine Ahnung. Ja, da bin ich aber hochgegangen. Andere Seite. Andere Seite. Wir haben eine Radbezweigung benutzt eben. Genau. Wir sind die andere Seite einfach mal hochgelaufen. In einem Tunnel hoch. Ja, da bin ich. Wir spielen genau da rein, wo wir rausgekommen sind. Da raus, wo wir reingekommen sind so rum. Geh ich vor Raffi oder vor dir, ne? Ich bin hier bei Stone. Mit der Fackel bin ich. Ach, das bist du genommen. Ich werf gerade meine Erde in deine Kiste. Und vielleicht da auch? Warte, ich geh mal ein Stück zurück. Ah, es ist da und dir was verfeilt. Hier. Du ziehst sie und du ziehst alles an. Autsch, bei der Standfackel. Bei der Standfackel müsste er hin. Welche der Standfackel? Ach so. Ich dachte jetzt... Du bist jetzt eine? Die diamantförmige? Nee. Die diamantförmige ist die Ferne hier. Nur eine normale. Na schade. Ähm. Gehen wir runter? Gehen wir zu der zweiten Fackel? Ah, hier. Da, 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 da. Hier hat die einen... Da geht's rein. Ja, da war ich gerade. Dann ging sie weiter. Doch, da kannst du nochmal hoch. Oh. Hallo Roboter. Du musst... Um die Ecke denken musstest du da. Ja. Ich auch gerade. Hey. Ach ne, hier. Hier, hier, hier. Dann rechts. Ja, runter. Ja. Ich komme nicht hoch. Ja. Da haut sich doch jemand. Robi. Ja, das bin ich hier oben. Oh Gott. Ich wollte gar nicht so tief runterfallen. Ah, hier ist wirklich viel Kupfer. Warte. Ja. Deswegen Kupfer. Den Rest davon habe ich eben schon abgearbeitet. Ja. Bin wieder runtergerutscht. Dann hat mich der Robi beim Aufsammeln gestört. Genau. Und da ist noch ein... Kicken. So, es ist alles weg. Hey. Das ist wenn man nach oben will und dann nach unten wegpackt. Also ich bin immer noch draußen. Ich... Jetzt sind wir den Weg runter zu den letzten Punkt, wo wir den Roboter gemacht haben. Hi. Ich bin ganz im Eingang wieder. Oben. Ja, wir sind ganz unten da, wo wir den Roboter gemacht haben. Hey. Da seid ihr alle. Ja. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Warte. Ich komme. Schrei einfach mal runter. Folgt einfach dem Hall. Ja, genau. Schrei mal. Willkommen zu dir wieder, Dex. Genau. Hocharbeiten. Ich bin wieder oben. Ich habe mich aus Versehen nach unten gebackt. Gebackt. Bin dann wieder hochgeflogen. Sorry. Irgendwas haut mich. Ja. Ja. Dich wollte ich nicht hauen genommen. Hier, Dex. Ja. Ja. Wo bin ich? Hier, wo bin ich? Hier geht's raus. Auf ihn raus. Ja. Hallo. Warum? Hä? Was ist so an dir? Das kommt davon, weil du die ganzen Einzelteile hier... Lauf. Lauf. Hey! Schon wieder Dein? Ich habe nichts mehr. Ähhhhh. Wo bin ich jetzt hin? Da. Tschüss. Wo bin ich im? Oh, die wollen da hinten hin? Dahinten sind's da, die Jungs. Oh, Reuter gefahren. Hallo, Dex. Hallo. Hier oben sind wir raus gekommen. Oh, äh... Kommt mal zu mir, wir machen mal ganz kurz hier ein Neustart. Oben oder unten? Oh, oben, wo ihr seid. Bei dem Kirschbaum. Wir gehen zum Kirschbaum hier. Okay. Juhu. Hier gibt's Regen. So ein Kirschbaumwald. Gehen wir zum Kirschbaum. Irgendwie baust du bei mir auch nicht ab. Abstone, du stehst nur rum und... Du siehst also... Die guckt gerade Löcher in die Wand. Mit seinem Grinsen. Es ist schon ein bisschen finster. Dass die Armenden in den Augen rauskommen. Oh. Nach dem Hohoho habe ich gerade einen Dinosaurier gehört. Kommt mal ganz kurz, nur einmal hoch, ganz kurz, bevor wir auslocken. Das war ein Dinosaurier. Also das war ein... Ja, hier ist einer. Guck mal, da ist er. Die röpsen nämlich immer so laut. Achtung, wir sind ziemlich aggressiv und aua, aua machen die. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Dann bau dich hoch, wenn ich schieß. Okay, Leute. Wir machen eine Zwangspause. Und wir sehen uns aber dafür in der nächsten Folge wieder. Weil irgendwie... Muss ich mal gucken, was mit dem Server gerade überhaupt nicht passt. Äh... Kommt der? Nee, aber so ein kleiner Zwerg. Ich gehe mal ein bisschen mehr links. Achtung, wenn der aggressiv wird, kriegt er das auf den Maul. Kommt immer am besten lieber nach hier. Ja, äh... Ich würde sowieso einen Schutzbunker bauen und von dort aus rausschießen. Das haben wir dann mit dem Chor dann eben auch so gemacht. Nee, du kannst es noch einfacher machen. Bau dich hoch. Oder hoch. Oder dass er nicht mehr reinkommt. Ja. Wir haben das mal mit einem Raptor gemacht. Gnome und ich. Mhm. Okay. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tolll. Was für ein Chaos immer mit den Servern. Was ist denn los hier? Ey, Mann.